Loredana Leziso, die schöne Geste für Albano, bringt seinem Sohn das Lächeln zurück. Loredana Leziso hat ein Foto gemacht, auf dem sie sich zusammen mit ihrem Sohn und Ex-Mann zeigt. Alle drei mit einem breiten Lächeln. Loredana Leziso ist in sozialen Netzwerken immer sehr aktiv. Das Showgirl unterhält in sozialen Netzwerken eine sehr enge Beziehung zu ihren Anhängern, die täglich ihre Beiträge und veröffentlichten Fotos kommentieren. Eine schöne Geste, um trotz Kritik und Malalingo ein Bild zusammen mit der Sängerin zu posten. Offensichtlich konnte Bido nicht fehlen und zeigte endlich sein schönes Lächeln. Loredana Leziso schafft es immer, Menschen dazu zu bringen, über sich selbst zu reden. Albano Carisis Frau ist immer da. Sehr aktiv in den sozialen Medien, insbesondere auf Instagram. Wo das Showgirl immer anwesend ist und mit seinen Anhängern eine sehr persönliche und intime Beziehung unterhält, die sich oft für Begrüßungen und Widmungen eignet. Und gerade das neueste Foto, das Loredana Leziso auf Instagram gepostet hat, hat im Web für Furore gesorgt. Auf dem fraglichen Foto hat Leziso ein Bild mit ihrem Ehemann Albano Carisi und seinem Sohn gewährt. Das Foto wurde in den Ständen von Albano in Cialino San Marco aufgenommen und als Beschreibung schrieb Leziso ironisch. Die Reaktionen der Fans auf das Foto Die Post von Loredana Leziso, die mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Cialino San Marco fotografiert wurde, war sicherlich einer der beliebtesten. Tatsächlich hatte das Foto einen sehr positiven Einfluss auf die Anhänger des Showgirls, die sofort den Gefechtsposten bombardierten. Selbst die Kommentare waren sehr positiv, die Fans haben die Spontanität und die familiäre Atmosphäre sowie die fröhliche Atmosphäre des Fotos zu schätzen gewollt und wünschen Loredana und der Familie Carisi für das nächste Jahr alles Gute.